Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagdmachen Ticket und heute Spiel. Rider Origin. Das ist ja gestern schon mal gespielt. Nur die 10 Minuten. Subi. Continue to game. Server 1. Ok. Spiel starten. Da sind wir. Und weiter geht's. Wir waren glaube ich mit Level 31 oder 32. Haben wir aufgehört. Later. Und jetzt bin ich schon Level 105. Jetzt ist schon 107. Musik 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 Hm-hm. Charakter. Meine Flügel. Die 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 Flügel.